das ist stefan und seit ein paar wochen geht er noch lieber als sonst in die arbeit stefan fühlt sich endlich verstanden in seinen bedürfnissen ernst genommen was stefan beruflich macht er ist produktionsleiter in einer brauerei und das beste es läuft hier einfach wortwörtlich am laufenden band läuft wie von zauberhand ist immer genug von allem da was gerade für die produktion gebraucht wird wie das geht ja weil der stefan so zuverlässig und vorausschauend arbeitet natürlich aber nicht allein sehen sie es ja ist auch schwierig es ist nämlich nahezu unsichtbar jetzt sehen sie es hier ist alles miteinander verknüpft der auftrag aus dem büro wird nämlich direkt an die linie übernommen wie das geht durch das krones line management es zentralisiert alles rund um die maschinen das sorgt für einen optimierten ablauf in der produktion es hat zugriff auf alle maschinen und es ist auch mit dem lager verknüpft so wird zum beispiel leergut automatisch in der exakt benötigten menge angeliefert das krones line management überwacht und parametriert die maschinen vollautomatisch und steuert präzise alle drucker an zudem koordiniert es den wechsel an allen maschinen während der erste auftrag noch fertig verpackt wird startet das line management bereits parallel die produktion des nächsten produkts die fertigen paletten werden wie von zauberhand übergeben und eingelagert das alles ist möglich einfach so mit krones line management ja und der stefan der hat etwas mehr zeit für andere dinge die auch wichtig sind damit es rundum läuft papa war da da papa war da papa war da papa war da Untertitelung des ZDF, 2020